So, guten Morgen, willkommen zu einer kleinen Ankündigung. Heute ist wieder Livestream, ich soll diese Videos vielleicht ein bisschen früher machen als so 20 Minuten bevor ich anfange. Ach was, was. Wieso die Leute, weil letzte Woche fiel es ja aus, wegen, weil... Mein Rechner ist ja kaputt gegangen. Hab ich gedacht, ich mach heute weiter. Spiel dort vielleicht Machines, mal gucken. Mal gucken, wie überhaupt da ist. Keiner! Joa. So wie immer halt, irgendwie zwei Idioten und einer geht danach. Also, ich geh dann und der andere Idiot bleibt da und schaut sich schwarzes Bild an. Wollen wir mal gucken, was meine neue CBU leistet. Nicht mehr als die alte, äh. Nächste Woche wird es dann wahrscheinlich keinen Livestream geben, ich muss mal gucken. Aber ja, das sehen wir dann. Also dann bis in 20 Minuten, oder auch nicht. Vielleicht habt ihr aber Sinnvolles zu... Nein, das hat keiner. Also bis zum nächsten Mal und so.